Achtung! Halt! Bist du die, die sie Tusmelder nennen? Du nicht, du Russgarten! Hey du! Bleib still! Bleib still! Was machst du denn hier? Russenhelder. Was hat sie wieder angestellt? Hast du die Leute belästigt? Was jetzt? Wo steh ich hier herein zu schummeln? Nein! Wirklich! Das tut mir leid. Das will ich aus einer Sekunde aus den Augen und du hast dann wieder Schande? Komm! Russenhelder. Und du bist? Ich bin ihr Bruder. Weißt du, vor zwei Jahren ein Esel? Ein Esel? BAM! Tritt ihr gegen den Kopf. Und seither... Sieht aber ganz gut aus. Ja, von außen. Von außen, ja. Aber hier drin? Hier drin? Nichts. Rein gar nichts. Tausend Dank, guter Mann. Tausend Dank. Von mir, von ihr, von meiner Frau. Ja. Jetzt kommst du mit. Danke, sehr glaubwürdig. Sie haben Ari. Ich muss ihn finden und befreien. Hm. 알고st du mit mir, Ich bin dein Ane. Ich bin dein Bühρε. Und dein Ane. Auch. Und dein Ane.